Du hässliche ***, hoffe der Krebs tötet dich. Ich gönne dir Krebs zu ***, stirb, 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 stirb. Seitdem ich öffentlich gemacht habe, dass ich Schilddrüsenkrebs habe, bekomme ich immer wieder solche Nachrichten. Und ich bin jedes Mal wieder schockiert, dass sich Menschen da draußen Zeit nehmen, um sowas zu schreiben. Wenn man keine Unterstützung hat, können einen solche Nachrichten richtig fertig machen. Ich habe so viel Rückhalt von Lucky, von Mika, von Dima und Kira, von meiner Familie und meinen Freunden und von euch. Diese Nachrichten gehen bei mir hier rein und da raus. Ich bekomme natürlich auch ganz, ganz viele Liebe Nachrichten, so wie diese hier. Und die gehen sofort in mein Herz. Danke, 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 dass ihr mir einfach ungefragt so viel Liebe schenkt.